Sind die Kämpfer bereit? Ja. Okay, schreit. Dann schön sauber knicken. Gucken, harte! Das Netz trifft, aber bleibt gesteckt. Der Retiaria erhebelt sich mit dem Schild auf und sticht zum Rücken. Sehr schön, sehr schön. Wir wollen einen ausleglichen Kampf sehen. Bekommt er das Netz wieder, oder ist unser Retiaria so überlegen, dass wir es keine Masse wegnehmen müssen? Ja, wegnehmen! Wegnehmen! Also zwei Sagen wegnehmen. Die Mehrheit enthält sich. Ihr seid alle bei der SPD. Und ein Großteil ist dafür, dass es Netz nochmal bekommt. Hab ich genau gehört. Ich hab meine eigene Realitätswahrnehmung und ich hab acht Gladiatoren, die mir recht geben. Hey! Es lebe die Republik! Bereit? Gucken, harte! Bitte! Schießt jetzt, wer? Ah! Jetzt war das einmal ins Knie gepiekt. Der Dignatur hat gar kein Licht mehr unter die Tiere. Er nutzt im Ausblick schlicht zum Rücken. Film mal auf Formalen, teilt einfach drauf. 2 zu 0. Buknate! Du bist schon in seinem Netz. Das ganze mal scheiß an! Sepputor bedeutet ab zu deutsch Verfolger. Das heißt, er hält ihren konstanten Druck aufrecht. Der Retiaria läuft bis er zu dem Interest. Und dann steht die Stunde Second Drugs. Und heBRiana läuft bis Vater ab. Die werden muss um ein Auto je geschehen! Hier wird die Laden Klatschen geschenkt! Wir haben das beiden richtig緣ㅋㅋㅋㅋ Den wenn es rechtcilig ist, also das fürchten literally ist. Im ersten Schritt, der Jurist SUV zuvor wäre eine BezeichnungOT Die ist nur um воздухer auf erheb 31. Welten es gibt. Das ist Tom & Jerry auf Fröbisch. Und Jerry hat den Hintergrund ein. 2 zu 1. Pugnate! Jetzt hatten wir mal gesehen, wozu der Stilterschild da ist. Der Schildbrunkel war nämlich genau auf Kopfhörer. Das ist ein Flurzkommunikator für den Stil. Ja, Stahl! Ja, Stahl! Exi schneidet neun über den Hintern! 2 zu 2. Ich glaube Exi hat Hunger. Ursus hat Hunger. Schinken! Stahl! Urus, der das Verliner Appetit, den Bären kommt im Schild, gegen den Pimpulus. Das Füchslein! Und im Rückzug sticht man Pinguels.